Wir fahren heute auf die Eckalmen. Über Hintertux, Smartside, Jungs, Larnersbach, Vorderlarnersbach geht's hinauf auf die Eckalmen, wo uns Hans-Peter schon mit einem Schweinsbrot erwartet. Eine Frau, Fabienne, mich heissen die und mein Schlepper ist ein MAN von 1957. Wie alle MAN, die meistens sogar Allrad antrieben und sieben Vorgänge und einen Rückgang. Dieser hat noch Spezialsache eine Luftpresse für die Luftbremse von den Anhängern, der ist 50 PS stark, hat ein Genümmraum von 3.000,5 Liter und habe ein Eigengewicht von 3,700 Kilo. Wir freuen uns, meine Frau und ich, die ganze Woche hier dabei zu sein bei dem Christian in dem schönen Hintertux Hotel. Wir freuen uns, meine Frau, wir freuen uns, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, bis zum nächsten Mal. Musik 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 Musik